Hallo, ich bin der Danny, X-The-Solution. Nee, der Mr. Terror bin ich. Mr. Terror, X-The-Solution. Und ich mache jetzt auch YouTube-Videos. Abonniert mich mal bitte, gebt mir einen Daumen hoch. Favoriert meine Videos. Favoriert meine Videos. Ey, der Typ ist so geil. Oh, Blumms. Baff dich! Nee. Hallo und herzlich willkommen bei Fickt euch hier, Hecker. Heute mal Black Ops 1, wie es sich der Despin gewünscht hat. Ey. Und ja, ihr kriegt mal einen kleinen Clip hier. Nee, kann ich den Clip rein schnummeln? Mal kurz gucken. Weil wir haben gerade eben schon gespielt, aber meine Legatus abgeronzt. Kriegen wir jetzt angeben? Ja, ich will richtig angeben. Ich möchte betonen, ich hatte ein 4 zu 3. Ja. Ich hatte ein 15 zu 0. Ja, und weil man das dann ja vorher nicht mitbekommen hat, ich nehme mich hier erstmal schön raus. Ich werde erstmal schön reinscheißen. Ja. Ich habe gesagt, du hattest 4 zu 3. Nuke Town. Ja, korrekt, aber trotzdem werde ich jetzt erstmal tief stapeln, weil ich weder Maps kenne, noch vernünftige Klassen habe. Okay, Nuke Town oder Cracked? Nuke Town. Alles besser für Noobs. Nuke Town. Nuke Town wird zerstört, Alter. Nuke Town kenne ich sogar von ein paar Videos. Aber, aber... Also, in Black Ops 1 finde ich die Kuh lieber... Ja, aber der Robert, für den Robert ist die Kacke. Nein, Nuke Town ist die Kacke. Also, der Cracked ist richtig, wie ich ihn hätte zu merken. Ich kenne Nuke Town über, über, ähm, über einige Videos. Ja, siehst du? Mehr oder weniger. Spiel doch eh suchen und zerstören. Okay, aber wenn du gleich sofort gestorben bist, guck mal, guck dir mal zu, dann siehst du meine Waffe. Und? Ja. Wenn du so sehen, was ich schon wüsste, guck meine Waffe an, Alter. Ich stelle mich so schnell, wie du, hoffe ich. Aber ich muss sagen, bei Black Ops finde ich die Hitmarker, die Geräusche bei den Hitmarkern irgendwie ziemlich deutlich. Oh, ich bin host. Ja, ja, das nächste. Ich bin host. Ich bin host. Wenn du hast jetzt keine Ausrede mehr, ne? Man, ihr nekt zwei, boah, boah. Nee, host sein ist ein Wärtsangreis, sogar ist nur nämlich zwei von Ritikos. Dein Dick, das sehr. Wir sind in der Nähe drüber, wird schon klappen. Da sei da, im Haus von der Mitte. Proben. Haben. Es ist. Werner, bro. Oh, man aim, ne? Oh, es wäre mir nicht gerne, man aim. Boah, der auf der Treppe, ey. Unglaublich, Junge. What the? Ist der da hinten, oder was? No, Clay, mo. Oh. Danny? Ja? Kann ich dich nicht hören? Kann dich nicht hören. Evolution ist doch schön dran vorbeigelaufen. Oh. Der war alles voller Ruhig. Robert ist über dir, selbst der Robert ist über dir. Warum hast du den nicht gesehen? Und ich will erst den. Weil er alles von der Ruhig war. Ja, wow. Hab ich nicht gesehen. Krieger, ganz, ganz nie, hier ist er der Krieger. Kannst du den da oben? Hast du den da oben? Nö, kriegst du ja nicht. Kannst du mal den Nade rein hier? Ey, der kann aim. Ja, der Boss. Aber Krieger sagt auch nichts. Du bist tot. Ja, aber ich hab noch einen. Einer kommt die Treppe runter. Ey, wir hätten mich jetzt geklaut, Alter. Der war was. Du sucht dich. Da, du bist blind. Scheiße, hier. Siehst du? Ja, und? Boah, der war eh. Die erste Waffe auf meinem Kanal. Mann, die ist Kack-Over-Gas in dem Game, Mann. War der AFK? Danny? Nee. Nee. Nee, 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 den hab ich vorher schon angeschossen. Danny. Danny. Okay, du hast zwei Tote, Alter. Ich kann dich nicht hören. Kann dich nicht hören, Danny. Aber die Leute bekommt man nicht so viele Kills ab. Bei denen? Ja, ja, okay, ja. Wird das Nova-Gas auch eingesetzt? Was? Nein, gar nicht. Ich hab das nervig. Ja, das ist nervig, ja. Also, das ist nicht besonders effektiv. Du brauchst halt richtig lang, bis du da durchstirbst, aber du bist halt davon so ein bisschen. Alter, Rush steht auch nicht. Der kleine Hunde, so eine Hunde-Ficker Panic Life, mich, Alter. Gucken wir mal, Krieger zu. Oh. Oh. Wieder mit der MPL. Jetzt Kier geht da ganz sneaky, geht da hoch. Da geht der Kier hoch. Sneaky, sneaky, der Krieger. Sneaky, sneaky. Jetzt geht er weiter. Der Kier geht weiter. Mit dem Barfdash. Alles klar. All right. Aus der Hüfte feuern ist in diesem Spiel nicht so gut, Robert. Sag ich dir jetzt schon mal. Oh, da komm schon. Hä? Robert hat gesehen, dass würdest du mir nicht widersprechen. Ja, nicht widersprechen. Renni? Guter Score, Danny. Ja, dankeschön. Nur noch drei Gegner, was soll der Scheiß? Ja, komm. Der legt gar nicht. Oh, Lars. Aber du bist ein Guterhaus. Der ist jetzt dabei. Ich fang es auch mal links aus. Eine Roscher Klasse. Und dann hole ich mir einen. Wieso bist du vor mir, Robert? Ich hab ein Kilmer. So. Ich hol's euch. Oh, drohner wieder. Ein Vollmann. Was nur Kilmer. Der zwei. Zweite mehr als ein. Ach so. Ja. Sag mir keiner. Gute alte Weisheit. Ich werde für das wir die Runde verlieren. Ich hab Vorwärter. Oh, lol. Der eine leckt dich richtig ein ab. Man, Black Ops macht so Spaß. Das ist so ein geiles Spiel, Alter. Nein. Warum machst du das, Bro? Krieger? 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 Ich bin nicht letzter. Wir haben den gleichen Punkt durchstattet. Ich bin nicht letzter. Äh, okay, aber du bist das Bordgeer. Boah, guck dir die Killcam an. Hacker, Hacker. Wen interessieren denn bitte die Punkte in dem Spiel? Wieso hab ich denn nur, wieso hab ich nur tausend Punkte? Da haben wir die gleichen Kills zu Missgeburt. Ja, aber du hast einen guten Score. Aber du hast mehr Tod hat sich. Okay, ja trotzdem. Despen kannst du ins Solutionen. War eigentlich der Bro, der Underdog hier. Also alle mit 4-2 sind ziemlich cool, finde ich. Mhm. Das, wir carry das wieder. Wie immer. Nochmal Newtour? Oh, ich hab ne RPG-Frau. Nein, lass das auch noch. Wow, Crysis ist auch nicht geil, dann hast du da zuvor. Nein. Crysis ist kacke, correct. Crysis ist das schlägste mit dem Spiel. Ich hab vorhin nur zu Hause verloren. Ist es auch. Ja, wir sind noch drin, oder? Film zu Hause kann ich verloren sein, weil ich Haus bin. Ja. Und ich eine Ausleitung. Haben wir gerade gesehen, wie die Gegner rumgeleckt sind. Ja. Zettelbeschreitung. Wahrscheinlich, Alter. Ja, wahrscheinlich. Nein, kein Newtown. Agro-Modus aktiviert. Mach Zufall, Freunde. Zufall. Das schreibt Danny wieder ein Wort für Skipping in seinen Klantik. War einfach Skank, guys. Sollen wir nochmal rausgehen? Kriegen wir das schnell in den Lobby? Oh, WMD. Oh, WMD. Bist du denn so niedrücklich? Oh, WMD. Alter, die ist richtig cool, immer. Ja, Kier ist verungdurchtbar. Ja, Robert, das ist leise. Ja, ich muss mich konzentrieren, ja. Ja, äh. Ja, äh. Wie ein Schwamm. Ich muss hier die ganzen Infos aufsaugen. Captain, wie gut läuft's. Was hängt auf die Möhrer Film, die ist geil. Das ist für uns, Mutter muss auch aufsaugen. Ja. Ja, die Wohnung. Nicht nur die. Ja, sie ist aber in chair. Nur weil die kleine Zähne hat. Ich bin ja gar nicht. She wants the D. Ja, aber nicht Danny. Du verstehst. Ja, war Despin, oder was? Ja, Despin. Also Mutter will nicht, oder was? Jeder will nicht. Nee, die wollten nicht. Die haben probiert, sich mit Fieger in die Babyklappe zu stecken, Alter. Da brauchst du auch nicht so schüchtern lachen. Die Babyklappe. Macht's auch nicht besser. War gar nicht gestanden, Robert. Alter, hier komme ich jetzt gerade gar nicht. Die ist aber groß, ne? Komm, wer erlangt. Ich weiß überhaupt nicht. Ach da. Okay. Oh, Bro. Bro geht schon wieder auf den Killklauer-Kurs hier, oder was? Du hast den noch gar nicht gesehen, Junge. Ich hab den gestern schon angestoßen, natürlich. Laber nicht. Warf dich! Willst du mal eine Aufnahme sehen? Was wetten wir? Um 5 Euro? Mein... ganz Kapital. With you money! Hey, was? Oh, der ist oben drauf, der ist oben auf der Ding. Er hackt, nein, der ist unsichtbar. Der ist unsichtbar, ne? Scheiße. Wo ist der? Er ist oben drauf. Er ist oben drauf. Das war Krieger. Ich dachte, der Krieger, der mich erlegt hat. Nur den Typen da oben drauf gesehen. Alles andere war ja schwarzer. Aber was sagt man da? Er fickt euch hier weg. Ja, Robert. Ja, von einem können wir ausgehen, ne? Die Runde ist verloren. Ist das wie bei MW3, wenn man den erstmal anschießt, dass er die Bombe nicht mehr entschärfen kann? Keine Ahnung. Bei MW3 kannst du den ja anschließen, da kann er nichts von auch töten, aber die Bombe nicht mehr entschärfen. Ja, dann machen wir hier. Hi, Robert. Jetzt sprung doch nicht hier so rum. War der eben oder habe ich mir das eingebildet? Der ist schon an der Bombe, der ist an der Bombe. Kannst du dir doch nicht anschießen, ne? Ich weiß nicht, ob ich den da ist. Nee, da ist keiner. Du kriegst von Hitmark. Ich hab den da ist schon Hitmark auf, der man dann trifft. Aber wow. Ja, sehr gut. Jetzt kann er wahrscheinlich nicht mehr entschärfen, also wenn es bei MW3 ist, dann kann er nicht mehr entschärfen. Schießen an, schießen an, schießen an. Schieß, Robert. Tja, Dirty and Objective. Da war der, Robert. Da kann ich nochmal, würde ich sagen. Ich ralle das nicht hier mit unsichtbar oder irgendwas. Der ist einfach nicht, die kannst du einfach nicht sehen, Robert. Das ist ein Hack. Das ist jetzt nicht so schlecht. Schön, dass wir dann in der Lobby weiterbleiben. Nee, das ist schon von Runden, Robert. Das ist ein Perk. Das ist ein Perk. Ja, ist ein Perk. Der hat sich Geist. Alter. Digga. Hab ich tief an, nur Hunde können nicht hören. Hast du gerade irgendwas nach dem Weg getroffen? Ja, Mann, nein, nein. Jetzt ist wieder unsichtbar, ist wieder an mir vorbeigerand, Junge. Und eben hast dich noch geärgert, weil du eins getroffen hast, ein normales. Sind denn die Gegner, Alter? Ja, ist alles tot aus der unsichtbar. So. Ganzhaft. Ja, gut. Vielleicht schafft ihr es die Bombe zu legen, ansonsten können wir rauskommen. Das ist wahrscheinlich daran schimmeln, ne? Also müssen wir nur die Bombe legen. Nein, theoretisch ja. Ich mach das sneaky, Mann, der trifft halt nicht. Der rafte halt nicht. Der wird weg, das bin drin, doch weg. Ja, ich muss doch erst mal hier springen können. Gut. Warum kann der das jetzt nicht wahrnehmen, oder was? ja dann ist ein heck aber wenn man in bei mir geht es nicht wollen will aber m3 ist halt so wenn du da jemand anschießt auch ist jetzt verunsichbar und kann ich danach trotzdem weiter tut man halt gottmut drin hat aber der boss ist ja zwei praktisch eine folge ist das für ein geil spiel 1 2 wenn sie vielleicht nur anschießen ich kann nicht abballern wenn er da ich das aber du brauchst du zwei hitmark auf ihn geben und ich kann ihn nicht ich kann zweimal anschießen dann kann er nicht entschärfen um das so sein ist irgendwie drei auch so ist er bei mir dreist also gleich heckmann lassen wir ausgehen ist behindert wir rennen jetzt einfach nach und legen die bombe gewonnen ich hab das nicht carry den ups ja gut gemacht er ist das gay ohne witz das heißt er versucht mich abzuballern weißt du das ist ja immer so gay gedodget habe ich den das auch mit die bombe und renner links ich weiß nicht woher er ist du musst du nicht deck dich also nicht im biologischen sinne das ist auch noch so behindert und schießen markierten werfahrung masse richtig an die hunde kommen treffen kann auch nicht egal die baube liegt eine fresse ups ich meine ecke und schießt die hunde ab der robert nur so ein jahr schlimmer als fast die end der schrift und schrift ja gut da ich habe ja super mit dem zwei armen ballern und dann kann geklappt scheiße ich habe ja wieder und das geld rausgehen das muss gehen fangen auch noch mal die aufnahme noch an kriegen raus am arsch fange ich die neu an ich bin raus super kannst du nicht mit kann man nicht mit party fette fette party so nochmal neu ha ich sehe wo sie der rohers unsichtbar hk hk die robert reiheck das ist was hier ne glas fehlt ganz unten bei mir mit der ausgetragen gewinne ich schon mal dran komm ich nochmal rein ich bin ganz unten bei mir ey da ist der Lars ganz unten Lars nicht alphabetisch dann lass noch mal WMD da fiel eindeutig noch Z im Namen neu oder nicht neu ich mach ja nicht hier ultimative Bavdage Action damit ich hier neu aufnehme oh mein Gott hast du da so einen Harten für gekriegt zwei harte bei Black Ops geht das ja noch ja da mach doch mal einen Bavdage hast du da überhaupt schon okay gemacht ja der war bei New York ja ne Punktleisch was ist denn über dir ich lag an einem Video von welchen Video host aber ich hab irgendwie den Eindruck dass hier noch mehr Hacker rumlaufen als bei MW2 die Hacks sind nur fieser als bei MW2 normal aber das ist ein bisschen anlacky wie wir gerade haben also woher haben wir eigentlich fast nie eingetroffen wie oft spielst du denn S&Z naja S&Z nicht so auf das stimmt dann hast du die Ding auch hier auf MW3 muss ich sagen es ist leider gang und gäbe das geht auf den Sack sicher ja ich hab dem 5,6 hattest du ihn reingeballert glaub ich nicht woher ohne Scheiß verläuft Robert! Den hättest du gar nicht hackt, weil ich dem mindestens 5-4-Hacker in den Kopf gegeben habe. Kommt jetzt mal eben rein hier. Machst du das auch noch mal jetzt? Nee. Bitte halt. Deshalb sollst du dich mal beilen. Digga, kannst du das so nicht hochladen, Alter? Ich kann das so hochladen, weil das ist ungeschnitten, unzensiert, das ist der wahre Scheiß, dass jeder nochmal selber... Oh, ich will aber auch gucken, ob der hackt. Ohne Scheiß, ey, dieser Hack... Nee, ohne. Nee, 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 nee. Robert, du hast eine Hospiration. Ich bin zutiefst enttäuscht, was bis jetzt abgeht hier, der Kopf, technisch. Das ist belastend für dich. Sehr. Das ist belastend, Robert. Besserst du belastend. Ja, ich komm doch schon jetzt. Wo's geht's? Oh, Launch. Oh, Mann. Der Kickkiller. Mag ich beide, mag ich beide. Der Kickkiller. Wird jetzt geiler. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Bei mir zwei kannst du nur misst direkt sehen, das geht. Oh, Christ, Alter, die Map habe ich so lange nicht mehr gezockt. Und jetzt so geil. Best Map nach wem sich. Die sagt mir relativ wenig. Der Kickkiller hat die geilsten Maps. Die sagt mir ganz schön wenig. Weil... Hier kannst du es, glaube ich, so ein bisschen am Unlockall sehen, weil das ist eigentlich eine Klasse, so eine Unsichtbarkeitsklasse, die im Unlockall mit drin ist. Watt schon wieder, watt, wenn ich schon wieder unsichtbar höre, kommt ja schon wieder die Gallo, ey. Robert, beruhige dich. Das ist ein Twerk, Robert. Das ist ein Waffenaufsatz. Das heißt Geist. Das ist das Querk. Ja, das ist das Geist, Querk. Du hast für Testosteron bei, Robert. Hoffentlich redest du. Ja. Robert ist der Testosteron bei. Ist da keine Eier. Ich gucke mir gleich deine ersten Videos hier an, ey. Je... Je mehr Testosteron besser. OMG, von wem hast du eh hingeklaut. Gut. Boah. Also, ich fand sie überhaupt schwer. Äh, von mir? Oh, Herr Gommod. Unsichtbare, drei Stückchen. Oh, oh. Ich steh hier aus. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, Scheißblendgranate. Der war einer bei uns schon im Sport. Und die sind da alle oben. Leute sind da alle. Oder fast alle so geblendet. Ich bin so geblendet. Du bist gleich geblendet. Das ist ein Scheißweg. Das ist auch ein Scheißweg. Ich hab hier kein Getüttel, der keine nichts-lossigen Scheiß-Klisch. Damit du mal zeigen kannst, heute kannst. Einer sagt in irgendeiner. Das soll an dieser Beleidigung nach der Kamera, ne? Nur mal so den Ball. Und man auch keinen getötet hat. Kann sich mal ein-töten. Danny und? Danny. Ja, ohne. Ich darf nicht die Elf-Spieler. Ich hab' vergessen bei den Gegnern, Alter. Und Pro Gaming ist im Gegnerdien. Toll, Bro. Schauen wir noch mal raus? Nein. Wir wollen noch hier nicht dauern. Ein Freakle. Gar nicht, denn. Lars, wir gehen den ganzen nach rechts. Geht der jetzt raus, oder nicht? Lars. Nö. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich irgendeinen von euch kriegen sollte... Dann hast du einen Heck an. Ja, dann hast du auch einen Heck an. Ja, dann hast du auch einen Heck an. Placing Claymore. Easy. Oh, Noob down. Danke. Danke. Ein SBB. Freak, Bro. Danke dafür. Ist ja auch ohne Schießen rein. Ja, damit du wenigstens einmachst. Weißt du? Alles voll. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, ich hab aber geschossen. Du bist auf jeden Fall gesprungen. Ja, gesprungen bin ich auf jeden Fall. Das weiß ich auch. Problem war aber überlegen. Machst du oder machst du nicht? Gute Taktik hier. Das sieht voll großartig aus. Da hinten kommt gleich ein Zombie raus. Was? Nee, das ist nicht. Wie er schluckt, Alter. Oh, aim all nice aim best ever. Ich hab keinen Gegner gesehen die Runde. Nice. Er ging last. Guck mal, Solution ist Host und ist der einzige mit vier Balken. Ich lagere doch ein Video. Warum bekommst du denn eigentlich Host? Machen die random. Weiß ich nicht. Er geht aber nur zwei Striche. Läuft bei mir. Oh, ey, jetzt alle zwei Striche. Schöne. Crossnade hier. Ja, drei. Warte, ihr müsst mich coveren. Ach, die sind's nix gegangen, die Scheiße. Komm, wir haben noch eine Granate. Sparta. Oh, scheiße. Oh, Bro, man. Du bist ein Bastard. Mann. Oh. Wie können die schon... Oh, jetzt Krieger. Jetzt Krieger gegen fünf Leute. Schaffst du Krieger. Kommt das Kamala Krieger eben? Ja. Ja. Ah, fast A tot. Oh, Alter. Ja, mit der Verbindung kannst du auch nix töten hier. Seh ich auch so. Da kann man keinen Kill machen. Ich krieg gar nix. Guck mal, ich war bei dem schon längst um die Ecke. Gut, dass der Sand, zack, bei uns im Team ist und der Prolmann. Jetzt haben wir endlich mal keine Hacker drin. Jetzt haben wir eine Leitung. Wie dein Headset. Gibt bei mir gar nix mehr. Ach, ach doch. Nice. Jetzt bin ich fertig. Komm mal her. Käst du mal an Tom auch hier auf dem Freimann. Zack. Ja, friss. Och, leg mich. Das wär's gewesen. Die Ausrüstung ist weg. Ist das auch. Ja. Ich hab ne Abschussserie. Wann? Das war meine meine Killz. Ich hab ne Abschussserie. Wann? Alter, hab ich die alle angeballert hab. Wie viel Schuss hast du für den gebraucht? Einen? Jo, klar. Also hab ich ihn gar nix gemacht. Nee. Ja, du schießt ja auch mit einer Penpol Knarre, Alter. Ist klar, ey. Ja, ich darf noch keine richtige. Aber den Krieger höre ich gar nicht gerade irgendwie. Ist er irgendwie abgeschmiert? Könnte das sein? Ich auch nicht. Was ist los? Oh. Oh, da hat er eine hängen. Der war mies. Ich muss mir das mal angucken, wie er das hingekriegt hat. Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ja, ich seh mich in der Killcam auch nicht. Hacker. Doch. Gesehen hab ich dich dann später schon. Naja, aber. Wer ist jemand? Auch direkt ein Headshot gewesen. Der eine kämpft, wo Krieger vorher gelegen hat. Nee, Quatsch. Wo? Wer hat er gelegen? Der ist tot, okay? Mann, im Spawn. Der andere ist über den LKW. Okay, genau. Und der letzte ist, äh, keine Ahnung, bei B. Der ist bei B. Ich will auch die Waffe die Duras-Gas. Der rennt jetzt in den Claymore, wenn er doof ist. Ha, 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 der Boss! Ho, 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 ho. Rob, auf 6, 2 hier, Robert. Nicht schlecht. Guck dir mal den Killern, Junge. Was reg'st du denn die ganze Zeit hier? Du hast 3, 2, du bist aufgeholt. Bewegungsmelder. Der ist gut, nimmst du einen Scheiß. Das tödliche Messer Voll das Boss-Spiel, Alter Geiles Game Können wir das Messer zutauen Ne, ich finde, da kostet mich kack grad auch Nie wieder in W2 Guck mal, weißt du, da hab ich einmal die rechte Seite gemacht Jetzt geiern die schon Komm mal an der Krieger und noch irgendeinen Pimmelbagger da Oh ne Flax Oh neee Oh, gut, dass ich ne Rauchgranate dabei hab Starkes Messer, Despen Ah, nein Ey, der liegt da Warum ballert den keiner ab? Endfield mit zwei O setzen Das hab ich noch nie mein ganzes Leben gesehen, glaube ich Der andere ist rot Hol'n der, hol'n der, hol'n der Komm, komm, I believe Robert, oh, springt der Provisier um die Ecke der, Robert Oh, der gehört dir, der gehört dir Der gehört dir, der gehört dir Das ist deiner, das ist deiner Oh Der eine kommt jetzt bei B ins Haus rein Der ist jetzt bei B Der ist jetzt bei B Der ist bei B Bei B Bei B Links, 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 links Links, links, links Und doch nicht verarscht Bist du so ein Penner, Alter Es lebt, Jungs, es lebt nur noch einer Du seh den doch sogar Oh, Bert Ist bei B, wenn du aus dem Fenster rausguckst Der hat dich auf dem Radar gesehen jetzt, ne Also, da musst du aufpassen, wenn du jetzt an die Bombe rangehst Der liegt da und zieht auf die Bombe von draußen Ja, pass auf Links Ja, ist schön Das las Ey, Robert So ein Geier So ein Geier Er wartet wahrscheinlich förmlich darauf Wo war das Erste? Haha CapCarrie Och, sag, warte mal Oh, das finde ich voll gemeinsam mit dir Ich hatte so Alles viel Und jetzt? Ey, ohne Scheiß 7-2 Ich hab sogar mit die Ich hab die beste KD hier auch noch, Alter Ich find Das bin aber mit 0-4 auch mal erwähnt Sehr Das ist gut Flawless, der Das bin Ja Ja Das sind wir auch jetzt Das war mal eine Runde Black Ops Mit ein paar Äckern Alter, was geht denn hier? Mit ein paar Äckern In diesem Sinne Gutschus, bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal